Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der wunderschönen Webcastlenau. Es geht nahtlos weiter mit Tobi. Grüß dich Tobi. Hallöchen. Und Tobi, mir fällt spontan ein, um das Thema mal ein kleines bisschen zu wechseln. A, vor diesen Walnüssen, die mich wahnsinnig machen. Hin zu der Frage, wir könnten doch auch irgendwann mal einen gemeinsamen Livestream auf der Castlenau machen. Das wäre doch bestimmt auch mal lustig. Ja, weil wir gucken, wann. Ja klar, das ist immer das Problem. Das ist ja immer das Problem. So, ich habe hier noch zehn Stück. Mir tut das furchtbar leid für alle, aber ich blende dann Tobis Perspektive unten ein. Der macht wenigstens irgendwas Vernünftiges. Verarbeiten wir die Walnüsse eigentlich oder verkaufen wir die? Verarbeiten wir in der Käserei. Ach, Walnusskäse. Genau. Lohnt sich das? Der Ertrag, der hier rauskommt, ist ja jetzt nicht so deal. Lohnt sich, aber erst seitdem ich es angepasst habe. Also es hatte sich nicht gelohnt. Es ist sogar weniger gewesen, als wenn man das nur zu Milch gemacht hat. Und da habe ich dann ein bisschen gefummelt. Oh, wo ist denn Walnusskäse? Bei mir gibt es bei der Käserei nur normalen Käse. Ach nee, für den normalen, das ist normaler Käse. Genau, normaler Käse ist das quasi hier. Aber warte mal, ich stelle das schon mal um, dass wir das Zeug nicht mehr direkt verkaufen. Oh ja, das war ja auch ein Aufruf, beziehungsweise haben viele in die Kommentare geschrieben und gesagt, nee, Käse wird gereift, zum Teil sogar sehr qualifizierte Antworten, wie lange und dass das auch durchaus Sinn macht. Also auf jeden Fall, dann selber verkaufen und reifen lassen. Ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt wieder nur meine Frage an dich, du wirst dich auskennen, ob man den Käse dann in seiner Verpackung vor dem Gebäude einfach lagert. Aber ja, vielleicht macht man das in Frankreich so. Das ist bestimmt möglich. Sonst, wir haben ja ein Riesenregal in der Käserei. Da habe ich erstmal liegen können. Ja. So. Wenn es jetzt nochmal schnell gehen würde, könnte ich irgendwas anderes auch nochmal machen. Ich hatte mir für den Zettel für heute aufgeschrieben, was wir als nächstes machen müssten. Das wäre tatsächlich... Das macht mich wahnsinnig hier. Ich weiß, dass ich das... Letzten Jahr habe ich das bestimmt über zehn Folgen gestreckt, hier das Ernten. Pflügen haben wir gemacht, glaube ich. Verdichten müssen wir machen und Walnüsse müssen wir ernten. Und dann wäre das letzte Thema hier auf meinem Zettel, dass wir uns überlegen, in welche Richtung wir jetzt als nächstes gehen wollen. Ich denke, das sollten wir wirklich einfach mal machen. Aber der Rest ist alles schon abgehackt, ne? Ja. Soll ich währenddessen hier nochmal übers Gras drüber gehen für den Oktober? Weil im November können wir kein Gras mehr machen. Und die Wiese hier ist schon wieder fertig. Auf jeden Fall. Coole Idee, ja. Stimmt, das müssten wir im Oktober eigentlich auch machen. Pressen wir das nochmal? Oder... Weil sonst würde ich mir vielleicht auch den kleinen Ding hier mal schnappen. Diesen... Wie heißt der denn? Ja, hast du Silo schon abgedeckt? Ja, leider. Ich habe nicht dran gedacht. Dann... Aber wir haben ja zwei. Also wir können ja einen Mais-Ziel und einen Gras-Ziel machen. Ja, du musst nur die Förderwände irgendwie rausschaffen. Ah, das ist... Krieg mal schon. Dann könnten wir noch ein zweites aufmachen. So. So. Ich muss hier erstmal das Gewicht hinten wieder hoch machen. Warum geht das nicht? Hallo? Achso. Oh, so, jetzt. Okay. Gefettfingert. Passt. Wow. Gut. Ja, was gab es sonst so Neues im Internet? Ich habe nicht viel gesehen. Um ehrlich zu sein. Die Triple Seven ist draußen. Hast du bestimmt auch gesehen. Ja. Ich habe sie mir auch noch nicht gekauft. Ich werde irgendwie noch geizig auf meine alten Tage. Aber im Moment irgendwie gar keine Zeit für irgendwelche Langstreckenflüge. Wobei ich echt richtig Bock hätte. Insbesondere da... Ich habe ja gesagt, dass ich nach Dresden gefahren bin. Und da kommt man ja auch am Flughafen Leipzig. Also Halle Leipzig vorbei. Da geht ja auch die Runway so geil über die Autobahn. Und das ist ja auch so ein DHL-Hub. Hätte ich auch mal Bock zu. Ja, genau. Ich weiß halt nie, was ich auf Langstreckenflügen machen soll. Ja, das ist eine gute Frage. Machst du sechs Stunden vor dem PC, wenn du nur Wolken siehst? Ja, entweder bist du gar nicht am PC. Aber dann macht Langstrecke irgendwie auch keinen Sinn, finde ich. Weil dann läuft der halt irgendwie nur so im Hintergrund. Oder du machst halt irgendwas nebenbei. Es gibt ja dann noch die, die auf Langstrecke auch noch mit Watzim fliegen. Das finde ich ja noch richtig. Da warst du ja dann, was weiß ich, eine Stunde spricht ja auch gar keiner mit dir. Ja, ja, und dann musst du ja auch die Oceanic Clearance und so weiter, musst du voranmelden, eine halbe Stunde oder so. Dann musst du auch genau wissen, wann du da bist und so. Das ist schon was anderes. Hast du das mal gemacht? Ähm, nee. Mein längster Flug war zwar, das war ein APL, also Pilots Live Event. Ähm, das war von, nee, von, Oh, ich glaube von Gatwick nach New York oder irgendwie sowas. Das waren auch acht, neun Stunden. Habe ich aber ohne Watzim gemacht, mit einem A330. Und bin einfach schlafen gegangen. Ja, genau. Keine Ahnung, wie sollst du das sonst machen? Da stirbst du ja vor Langeweile. Ich muss gestehen, mein Rechner ist relativ leistungsfähig. Meistens spiele ich was anderes, während er fliegt. Ja, ja, das schon, aber bei einem 13-Stunden-Flug. Naja, klar. Da kannst du pennen. Du startest abends und dann kannst du den nächsten Morgen landen oder so. Oder nach, vor der Arbeit starten, nach der Arbeit landen. Hier sind ein paar Bäume, die wollen nicht, aha, da jetzt, man muss erst meckern. Ist wie, ist wie überall. Also gefühlt kriegen wir von so einem Grasfeld mehr Silage als von einem Maisfeld. Total, das ist auch so. In irgendeiner Folge, so in den 60ern, habe ich das mal ausgerechnet, dass sich das null lohnt mit dem Mais. Aber ich, und das ist, wir haben vorhin oder vor zwei Folgen ganz kurz drüber gesprochen. Das ist dieses Thema Grasglage. Ich finde, es ist A zu mächtig im LAS. Es gibt zu viel Geld. Kann es aber nicht beurteilen, ob es in echt so ist. Und zum anderen ist das irgendwie, ja, besser als alles andere. Deswegen macht das, ich finde das blöd, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wenn so ein Bauer sein Feld mäht irgendwie, ich gehe davon aus, der braucht das Heu für seine Viecher. Und nicht, weil er damit reich wird. Keine Ahnung. Irgendwie zu mächtig. Achso, den habe ich schon. Im Alling finde ich auch, ich meine, im Real Life, ich habe übrigens gerade an der Silo-Wahn an seinem kompletten Ding kaputtgeplatzt. Freue mich. Sieht man dann ganz gut in der Folge. Ich meine, du machst das ja im Real Life ja viel wegen den Kühen. Aber es wird ja schon den Grund haben, warum Bauern alle Mais-Silage machen und nicht immer nur das Gras häxen. Keine Ahnung. Ja, genau. Das denke ich auch. Ich gehe davon aus, dass diese Mais-Silage irgendwie das Beste ist. Ich weiß nicht, kennst du, ich weiß jetzt immer nicht, wer von beiden das war, Twitch Farming war es nicht, sondern Landwirt aus MV. Kennst du den? Ja, klar. Ja, also. Und der hat mal so ein Video gemacht, das kann ich echt jedem mal empfehlen, wenn ich dran denke. Aber ich denke nicht dran, kann ich das mal in die Infobox mitpacken. Müsst ihr einfach mal googeln, lohnt sich Biogas mit Mais? Und da hat er das mal so richtig aufgedröselt und mal richtig erklärt, wie viel Liter Sprit er verbraucht hat, zum Beispiel um das zu pflügen, wie viel Liter Sprit er verbraucht hat um das, wie viel Saatgut er verbraucht hat und so weiter und so fort. Und was dann am Ende nachher an Heizleistung rauskommt und im Vergleich dann zu, ich weiß nicht, hat es zu irgendwas im Vergleich gesetzt, aber da kriegst du irgendwie mit, dass sich das mega lohnt. Und dass das absolut Sinn macht und dass du super viel Energie aus diesem, aus dieser Pflanze dann ziehen kannst. Ja, das glaube ich nämlich wieder, dass es sich da halt lohnt, weil du halt so viel Energie rausziehen kannst. Ja. Vielleicht ist ja das auch das, warum das im normalen Silo so viel Sinn macht. Das weiß ich halt. Die, das wäre übrigens auch noch was, aber wir wollten das Thema nicht wieder aufmachen für den LS25, so eine richtig coole Biogasanlagen-Simulation. Also nicht nur irgendwie schütte Gras rein und krieg Energie raus, sondern irgendwie, das muss doch komplexer sein, das Thema. So einfach ist das doch nicht. Da muss man doch wahrscheinlich Mischverhältnisse einhalten und irgendwelche Zuführungen gewährleisten und so weiter und so fort. Ja, oder stell mal vor, wieder zu diesem Szenario-Thema. Du hast ein Szenario, du bist Biogas-Betreiber und musst jetzt genug das Ding so ausbauen, dass du irgendwann das Dorf mit Strom versorgen kannst. Weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, nicht nur das, sondern auch noch kontinuierlich, ne? Dass du also, keine Ahnung, betreibe eine Biogasanlage fünf Jahre am Stück ohne eine Ausfallzeit. Das ist mega. Mega. Ja, müsstest du überlegen, was kann ich wann anbauen, damit ich dann auch noch genug habe, damit das nicht stoppt und so weiter. Naja, also ich werde dazu nichts mehr sagen, weil wenn wir jetzt anfangen, dann ist das auch richtig. Stimmt das übrigens das Gerüchtehalber, du Giants-Partner wirst? Nein. Vielleicht. Und ab der nächsten Folge deine Meinung änderst? Das sehe ich erst, wenn mein Kontostand sich ändert. Okay. Mit der auch mal wieder im Pflux ist. Apropos Kontostand, Sanifair kostet jetzt 1 Euro. Das war mir neu. Etwas, das Lustigste ist. Noch nicht. Ich weiß nicht, ob du von Simplicissimus, oder wie die heißt, die Sanifair-Doku gesehen hast. Nee, habe ich leider nicht. Lohnt sich? Extrem spannendes Thema. Lohnt sich wirklich, das anzugucken. Also, Gensal, Tank und Rast. Ja. Gehört ja Sanifair dazu und so weiter. Also, Tank und Rast hat ja ein absolutes Monopol, was Autobahnraststätten angeht. Und früher waren Autobahnraststätten ja Staaten. Das wurde dann von Tank und Rast aufgekauft, dieses Konstrukt, sag ich mal. Und das ganz Interessante dabei ist, dass in diesem Vertrag, der heute auch noch gilt, festgehalten wurde, dass ein Klogang an der Autobahn nichts kostet. Der muss kostenlos sein. Und jetzt hat man sich ja immer gefragt, warum man dann einen Euro bezahlt und diesen Gutschein rausbekommt. Naja, wenn du jetzt einen Euro bezahlst und sie geben dir dafür einen 1-Euro-Gutschein, hast du dafür nichts bezahlt. Und die sind diesem Vertrag träuge. Ja, wissen auch viele nicht. Aber macht natürlich Sinn, wenn man dieses kleine Extra weiß. Zahlst sozusagen für die Nutzung. Kriegst dann diesen Gutschein, dass sie den Vertrag nicht verletzen. Aber den Gutschein kannst du wieder nur im Shop ausgeben. Und wie viel kriegt man da für 1 Euro, ne? Also, das ist schon ein ganz interessantes Thema. Aber wenn man das so weiß, dann wird einem einiges klar, sag ich mal. Also, ich sag mal so, meine Erfahrung von heute war wie folgt. Ich dachte, Sanifair kostet 70 Cent und man kriegt 50 wieder. So dachte ich war das. Jetzt kostet Sanifair 1 Euro und man kriegt den ganzen Euro wieder. Also, habe ich mir gedacht, weil es schon die Rückfahrt war. Okay, jetzt hast du hier drei so eine Gutscheine. Jetzt hole ich mir was zu trinken. Dann habe ich noch gesehen, ADAC-Mitglieder bekommen irgendwie 10% Rabatt auf den Einkauf. Habe ich gedacht, okay, kann ich ja alles anwenden. Also, erste ADAC-Karte rausgeholt. Ne, ne, ne. Die gilt nicht in der Tankstelle, sondern nur in der Raststätte. Aha, gut. Jetzt stand ich aber eben an der Tankstelle. Dann habe ich drei von diesen Gutscheinen hingelegt. Ne, ne, ne. Ein Gutschein pro Artikel. Also, man kann zwar mehrere Gutscheine einlösen, aber nicht. Ähm, wir haben nur einen Artikel gekauft. Tobi, kannst du den anderen Messei holen? Ich bin hier durch. Ich fahre jetzt zurück. Willst du hinter mir herfahren oder kennst du den Weg? Ich müsste wahrscheinlich hinter dir. Okay. So, und dann, was ich auch nicht gemerkt habe, ist, dass ich für so einen 0,5er Volvic Redberry irgendwie 4,80 Euro bezahlen sollte. Also, ich meine, ich habe es dann trotzdem gekauft, weil ich wollte es dann unbedingt haben. Aber, ist schon frech. Schau dir mal Red Bull an. Das kostet bei uns irgendwie 1,80 Euro plus 25 Cent Pfand. Bei unserer Tankstelle, fünf Meter weiter, zahlst du 3, 4 Euro nur für die Dose. Mhm. Ohne Inhaltgefühl. Wir fahren mal durch die Stadt. Die kennst du bestimmt auch noch nicht. Ja, ja, das ist schon, das ist schon verrückt. Ja, muss ich mir aber angucken. Der Kanal ist übrigens auch sehr zu empfehlen, ne? Ja, oder ist es auf TwoBotGuys oder so rausgekommen. Das ist ja ihr Zweitkanal. Ach, ja. Was ich auch einen sehr interessanten Fakt finde, vielleicht ein bisschen random jetzt kommt, ähm, wie viel Gehalt eigentlich der Chef von ARD und ZDF bekommen hat. Also, das ist ja, der verdient ja mehr als unser Bundeskanzler. Obwohl es eine staatlich geförderte Einheit ist, sage ich mal. Äh, das ist schon verrückt. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das, ähm, dass das verfügt oder zur Verfügung stehende Geld der Öffentlich-Rechtlichen irgendwie das, ähm, Budget von Netflix um das Doppelte übersteigt. Ja, und jetzt guck dir mal Netflix an und jetzt guck dir mal ARD, ZDF an. Naja, da kannst du einen Tatort gucken jeden Sonntag. Also, das Einzige, was ich irgendwie interessant finde, kommt aber vom BR, das ist von, wie heißt das, von Spessart zum Karwendel oder so, Paul, oh, wie heißt der nochmal, Paul Engelhardt oder irgendwas, wo er so, so bayerische Traditionen und so weiter zeigt, oder, ich weiß nicht nur Bayern, aber wenn er auch jetzt in Nürnberg ist, ja kein Bayern, äh, wenn er da auch in Nürnberg und so weiter unterwegs diese alte Tradition zum Essen und so weiter zeigt, das ist das einzig Interessante an dem Ganzen, aber ich weiß halt nicht, ob dafür ein Milliardenbudget nötig ist. Das kenn ich gar nicht. Das müsst ihr dir unbedingt mal angucken, sehr, sehr interessant. Da werden auch teilweise so alte Rezepte gezeigt und so weiter, das ist sehr, sehr gut. Ne, Enghofer, Paul Enghofer. Ja, lass uns nochmal ganz kurz, ähm, weil die Frage auch immer mal wieder hochkam, beziehungsweise ich sie mir tatsächlich auch so sehr oft gestellt hab. Äh, warte mal, müssen wir jetzt hier schon? Eine Sekunde. Ne, wir müssen noch. Wo warst du denn das jetzt? Das ist logisch. Ey, der will sich inzwischen muggeln. Hier wäre ja das ganze Thema Wein. Bleib mal kurz stehen hier. Guck mal, hier sind diese Weinberge. Sieht jetzt schon nach extrem viel Arbeit aus. Ja, aber ich, also wir brauchen ja irgendwas, wo wir quasi uns demnächst mal hin entwickeln wollen. Hm. Also ich finde halt dieses Kartoffelpack echt gut, was ich dir gekauft hab. Aber das ist halt sehr teuer. Ja, und du brauchst diese riesigen Hallen und dafür haben... Ne, nicht unbedingt. Du kannst den sortieren auch einzeln kaufen. Der kostet, glaube ich, 180k oder so. Weil, ähm... Die Halle ist wirklich nur, wenn du auch lagern willst. Also wenn du eine Lagerhalle dazu hast. Und, äh, brauchst du... Aber einen Roder bräuchten wir auch, ne? Ja. Wir bräuchten einen Roder, wir bräuchten eine Pflanzmaschine. Das ist halt... Aber ist ja beim Wein nicht anders, ne? Sodass der Wein halt noch drückt. Sitz mal her. Hier geht's doch gar nicht lang, Tobi. Wieso fahr ich denn dir hinterher? Das macht doch gar keinen Sinn. Guck mal auf die Karte, bitte. Ja, ich fahr jetzt mal meinen Weg. Ja, guck mal auf die Karte, bitte. Und dann sag mir nochmal, dass es hier nicht lang geht. Nein, nein, ich fahr mal meine Strecke. Dann kommen wir nämlich an unseren Feldern vorbei. Hm. Das ist ganz genau, dass ich... Hier geht's auch nicht lang. Ich muss jetzt mal gucken, wo sind wir denn hier überhaupt? Na, jetzt guck mal, wo ich nämlich lang fahr. Guck mal, wo ich gleich rauskomme. Ja, ne. Hat der Tobi vielleicht doch recht? Ich wollte ja mit dir durch die Stadt fahren. Sind durch die Stadt gefahren. Ne. Die Stadt ist hier oben nochmal. Hier ist auch die Molkerei. Aber irgendwie sind schon wieder alle Autodrive-Kurse weg. Muss ich da mal wieder reinkopieren. Ich glaube, ich mache einen riesigen Fehler, indem ich, wenn ich den Spielstand sichere, dass der sich dann irgendwie für den Moment, ist dann die Datei irgendwie gesperrt. Ich glaube, ich darf den nur sichern, wenn der Server aus ist. Weil er sonst irgendwie durcheinander kommt. Und dann, ich musste jetzt auch einen Spielstand wieder herstellen. Ein bisschen merkwürdig. Noch bin ich nicht hundertprozentig durchgestiegen. Vielleicht muss ich auch gar keine Spielstände sichern. Keine Ahnung. Ich mache das nie. Er stellt ja Backups. Ja. Also, ich bin jetzt am Hof und du? Ja, ich bin auch stehen. Ist doch. Also, ja. Du hast recht. Weiß ich nicht. Ja, danke. Das wollte ich hören. Weiß ich nicht, Digga. Auch so ein schönes Meme. So, ich mache hier nochmal, du, eine Feldkontrollfahrt. Die Frage ist tatsächlich, wir müssten hier auch nochmal pflügen. Und zwar gar nicht so wenig. Also, dass... Nee. Glaube nicht. Ich habe eigentlich nachgeguckt, wo gepflügt werden muss. Und das war... Ja, aber da müssen wir grob an. Also, wir müssen irgendwie... Achso. Naja. Irgendeine Bodenbearbeitung müssen wir machen. Weil hier ist nur... Hier ist noch Stoppelsturz. Aber gut, da haben wir den ganzen Winter für Zeit. Hier müssten wir auf jeden Fall noch zwei Felder machen. Und hier ist noch das... Und da ist eigentlich der Stand. Ja, ich finde es gut, dass ich gerade die Walnüsse abladen wollte. Und dann wird mir angezeigt, Mutter wird hier nicht angenommen. Finde ich gut, dass ihr keine menschlichen Mütter verarbeitet. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das hat sich durch 50 oder 60 Folgen gezogen. Mach die Butter mal aus, oder? Hm? Mach die Butter mal aus, dass er sich jetzt auf Kerse konzentriert. Ja, kannst du machen. Ja, riech weiter. Sorry. Wie das dazu kam. Und zwar, ich habe mich auch immer gewundert, beziehungsweise wieso das irgendwie französische Wort für Walnuss oder so. Aber auf jeden Fall ist das französische Wort für Walnuss dann automatisch ins Englisch übersetzt worden. Und da wurde aus Walnuss im Französischen nur die Nuss und dann im Englischen Nutt. Und die Nutt ist ja auch gleichzeitig die Mutter. Also von Screw und Nutt. Und dann hat das nächste automatische Übersetzungsprogramm aus der Nutt quasi, aus der Nutt, eine Mutter gemacht. Und ich habe mich auch immer gefragt, was das soll. Und irgendjemand hat dann mal, ich habe leider den Namen vergessen, sorry. Tobi, aber der hat dann in den Kommentaren das mal geschrieben und da gielt es mir so wie Schuppen von den Augen. Ich habe ihn auf jeden Fall namentlich erwähnt in der Folge, wo es dann wirklich soweit war. Aber apropos Schuppen vor den Augen, das würde erklären, warum du gerade falsch gefasst hast. Vielleicht sind da schon wieder welche drauf. Weil ich habe jetzt schon alles abgeladen. Naja, Tobi, kannst du eben nochmal, weil ich finde schon, dass das jetzt gerechtfertigt wäre, dass hier habe ich nämlich noch ein paar Walnussbäume gepflanzt. Dann könntest du die eben nochmal schnell fertig machen. Vielleicht dann einfach außerhalb der Aufnahme, oder? Ah ja, bestimmt. Ganz alleine nur für dich. Genau. Heute Abend, ich mache extra länger und melde mich morgen in der Arbeit krank. Ne, das, ne. Achso, in der echten oder hier auf dem Hof? Ne, in der echten. Ja, das ist in Ordnung, aber hier auf dem Hof bitte, bitte nicht. Ich finde das übrigens, das ist hier eine sehr coole Ecke mit dieser Brücke und so. Letzte Frage. Dieser Nebel wurde ja so extrem gehypt im LS25 und auch, dass diese Sonnenstrahlen, hat der es dann echtes Raytracing oder ist das kein echtes Raytracing? Ich glaube nämlich, das sind nur Sonnenstrahlen ohne echtes Raytracing, ne? Glaube. Andererseits, die Lackeffekte und so weiter, die sehen schon etwas nach Raytracing aus, also. Na, stimmt. Das finde ich auch ganz cool, dass ich die... Da muss ich mal ein Positives sagen, dass die Straße sich dann so drin spiegelt, das fand ich cool. Und, was ich sehr cool finde, und das meine ich ernst, ist, dass die Wolken jetzt Schatten werfen auf den Feldern. Ja. Ich glaube, das ist von der Immersion her nochmal eine andere Nummer. Das finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Stimmt. Schönes. Stimmt. Das ist auch cool. Also ein paar coole Sachen gibt es schon, aber hätte auch einfach ein 25 oder ein 19 Euro DLC sein können. Ja. Naja. Nicht das Thema wieder. Nicht zum Ende. Ist schon spät. Also diese Walnussbäume treiben mich wirklich noch in den Boden. Ja, aber die bringen eine Menge. Glaubt mal, der Käse, der hilft uns. Aber sollte nicht normalerweise der Chef immer die Arbeit machen, die am meisten Geld bringt? Ja, ich stehe hier so rum und putze mir die Schuhe. Ah ja, schön. Gucken wir mal hier das an. Oh ja, hier ist so ein Zaun. Ein Stacheldraht. Mhm, mhm, mhm. Ja. Ne. Zaun ist in Ordnung, Tobi. Müssen wir nichts machen. Oh, warte mal. Wir können vielleicht... Ich gehe mal hier hinten hin. Aber ich glaube, die sind noch nicht... Ich habe ja hier Bäume gepflanzt. Dann könnten wir das eigentlich... Und das müsste dann eigentlich unsere Brennholzproduktion werden. Hier aus diesen selbst angepflanzten Bäumen. Das wäre eigentlich cool. Ob ich jetzt hier hochkomme. Sind die schon komplett ready? 35, 8. Uh. Hier hinten sind die Fichten. Und zwar... Hier ist richtig dichter Fichtendickicht. Oder wie das heißt. Also hier sind bestimmt... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ne, ne? Ist das ein norddeutsches Ding, oder was? Also ich habe noch nie Fichtengedicht gehört. Aber ich kann mir vorstellen, was... Nein, das ist kein Fichtengedicht. Das ist so ein Zungenbrecher. Im Dichten, Fichten, Dickicht. Und dann geht das irgendwie noch so weiter. Und das holen wir dann dreimal schnell. Ich glaube, ich bin einfach zu jung dafür. Ja, kann sein. Zungenbrecher gibt es nicht mehr. Ihr könnt schon alles einfach aussprechen. Zungenbrecher kenne ich schon. Ja? Also ich werde für heute die Arbeit niederlegen. Weil es mir tut. Aber diese Walnussbäume brechen mich innerlich. Okay. Ist ja auch so ein Thema, dass die Jugend nichts mehr abkann, ne? Aber ja. Sagt der, der sich einen automatischen Walnusserner geholt hat, anstatt das mit der Hand runter zu pflücken. Wie gut wäre das, Let's Play? 100 Folgen Walnüsse pflücken. Das wäre schon nicht schlecht. Gut. Also, Tobi, ich würde sagen, wir können nochmal Folgendes festhalten. Wenn du einverstanden bist. Wir haben da hinten, guck mal so in die Richtung, in die du jetzt guckst, siehst du diese nicht sehr schönen, aber doch sehr effizient gepflanzten Fichten. Und wir könnten also ein bisschen was verkaufen. Nächste Folge holen wir uns den Brennholzspalter, machen ein bisschen Brennholz und sehen dann zu, dass wir mit der Kohle entweder auf Gemüse, Wein oder Kartoffeln gehen. Da können wir uns ja nochmal überlegen. Das kriegen wir hin. Und dann haben wir nämlich mal wieder was Neues hier auf der Karte. Würde mir sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich, wie immer, dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und hat mir auch so ein bisschen... Also, ich habe diesen Dampf mal ablassen können, der schon wieder in mir drin war. Bezüglich des LS25. Und dann sollen die letzten Worte bitte dir gehören. Mach nochmal Werbung für deinen Kanal. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr qualitative Videos sehen wollt, kommt gerne zu mir. Danke. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Gerne einen Kommentar da lassen. Like nicht vergessen, abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen... Macht's gut. Tschüss.